Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft VVP. Diesmal spielen wir immer wieder ein Ründchen Jump League auf dem MC.Player Mini.com-Server. Und das ist schon mal runtergefallen. Ich muss gerade noch was schreiben, deshalb war ich gerade am Anfang ein bisschen unkonzentriert. So, mal gucken was wir reißen können. Ich habe schon etwas länger kein Jump League mehr gespielt. Einfach weil ich in den letzten paar Tagen relativ wenig Zeit hatte. Auch allgemein für Videos, wie man da auch gemerkt hat. Und wie ich auch bereits mal in einem anderen Video gesagt habe. Wow, da bin ich nicht mehr runtergefallen. Aber ja, meine Prüfungsphase ist jetzt vorbei in der Uni. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, es werden noch wieder regelmäßig Videos kommen. So. Ich finde es übrigens immer noch nicht gut, dass man Rüstung mit einem Rechtsklick hier anziehen kann. Bäh. So. Wir sind noch Erster. Das ist nicht schön. Wupp, wupp. Hä? Haben die irgendwas entfernt? Oder war das schon immer so? Ich bekam es gerade so vor, als würde da ein Block fehlen. Das kann auch Einbildung sein. Jetzt habe ich Schuhe mitgenommen. Ähm. Den Helm können wir schon mal anziehen. Komm, ziehe ich die Schuhe einfach mal auch an. So. Zack, zack. Kenne ich den Part? Der kommt mir gerade ziemlich unbekannt vor. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich hier genau hin muss. Hier rein. Alles klar. Ah, ja. Okay. Da war die Kiste. Eine Angel. Nicht schlecht. Äh. Gut, der Part ist jetzt wirklich einfach. Kenne ich den hier? Ich glaube, den habe ich schon mal gespielt. Ja, den habe ich schon mal gespielt. Alles klar. Ähm. Ähm. Ja, gut. Das war wohl nix. Äh. Ich weiß gar nicht, wir dürften auch noch bei Medium sein, oder? Modul 5 ist das, ja. Hä? Soll ich von hier aus überhaupt da abspringen? Ja, ne? Alles klar. Gut. Steinschmerz. Und ein bisschen mehr zu essen. Auch schon mal ganz nett. Äh. So. Alles klar. Alles klar. Dann sollten wir das hier eigentlich auch safe jetzt haben. Sehr gut. Was gerade nochmal ansprechen könnte. Und zwar. Eine Frage an euch. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wenn ihr so. Hier als aktive Minecraft Spieler wahrscheinlich. Wenn ihr so durch eure Serverliste geht. Dass es irgendwie immer weniger Spieler auf den Servern werden. So allgemein auch. Und das auch momentan irgendwie das Interesse. Beziehungsweise auch schon in den letzten Wochen und Monaten. So allgemein. Das ein bisschen sinkt. Minecraft mäßig. So an den. Auf den Servern. Viele Spieler da sind. Und wie hoch auch allgemeines Interesse noch ist. Minecraft Servern. Beziehungsweise an. Spielmodi. Weiß nicht. Mir ist es aufgefallen. Einfach. Das sieht man. Bei Gomme. Timolia. Revinzeit. Diese ganzen Server. Sieht man das einfach. Dass die Spielerzahlen immer weniger werden. Immer und immer weniger. Ich weiß nicht. Ob es einfach nur daran liegt. Dass es Sommer gerade ist. Oder. Weiß ich nicht. Dass es halt so ein kleines Sommerloch da gibt. Jetzt. Jetzt habe ich leider nicht mehr so im Blick. Ob das letztes Jahr auch so war. Aber das wollte ich nur mal sagen. Was mir das mal aufgefallen ist. Wow. Das war echt super von mir. So alles klappt. Uah. Jetzt wollte ich fast schon nach da springen. Ist mir nur so mal am Rande aufgefallen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Hype um Minecraft bald mal vorbei. Muss hier rein ne. Alles klar haben wir das auch. Immer noch erster. Wow. Ich habe Secret gefunden. Cool. Cool für dich. So. Sehr gut. Und. Da haben wir ne Eisenhose. Die Leute im Chat sind auch wieder cool drauf heute. Habe ich gehört. Ich glaube ich ob man hier nen Fisch fangen kann. Muss man mal ausprobieren. Aber ich glaube eher nicht. So. Da haben wir einen Eisenbus Panzer. Damit sind wir schon mal recht gut equipped. Helm dürfen wir auch haben ne. Naja haben wir nicht tatsächlich. Doch haben wir schon an die Leute. Hat ich vorhin ja schon angezogen. Demnach dürfen wir jetzt hier eigentlich mit. Ziemlich gutem Equip ins Ziel gehen. Zack. Alles klar. Das mal raussortieren. Das da hin. Dann passt das würde ich sagen. Gut. Jetzt gucken wir mal dass wir hier ein bisschen reinhauen. Jetzt mal wieder direkt. Direkt ankommen. Der Arme hat doch gar keine Chance gerade. Schauen ob wir hier noch einen besseren Equipten haben. So ein besser Equipten. Bisher. Er hat ein Feuerzeug oder? Oh ich bin das gerade eingebildet. Was machen die denn hier? Hey lol. Was war das denn? Ich muss Gold nämlich gerne. Guck mal was ein Goldapfel craften. Ach Junge. Na gut dann muss er hier. Aber er wirkt irgendwie auch nicht so. Mega krass. Stick. Bisschen was zu essen. Gucken wie gesagt Goldapfel. Ist drin. Flöten haben wir leider nicht. Ansonsten. Das TNT hier noch. Na. Da muss ein Goldblock. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich glaube er ist noch der beste Equipte. Aber er läuft die ganze Zeit. Obwohl er voll ist. Hm. Vielleicht weiß er einfach dass er. Nicht gewinnen kann. Jetzt greift er aber an. Er muss abstauben. Nein. Ach man. Hat er hier natürlich relativ gut gemacht. Hätte ein bisschen später vielleicht ankommen müssen. Um noch ein bisschen besser abzustorben. Ja. Die habe ich gesehen. Ja das war's Freundchen. Kannst aber wissen. Ein Leben hat er aber trotzdem noch. FDP. Ich freue mich was das heißt. Jetzt läuft er auch die ganze Zeit. Obwohl er voll ist. Ja er wartet wahrscheinlich wieder auf seine Gelegenheit irgendwie abzustauben. Ich glaube anders hat er auch. Ziemlich wenig Chancen hier noch zu gewinnen. Mit dem Equip. Okay. Ja mach ich selbst schon. Okay alles klar. Gut. Dann müssen wir die Runde hier eigentlich gewonnen haben. Kommt drauf an was. Der andere jetzt noch so. Vor hat. Das ist dein Ernst. Ach das ist. Das ist gar nicht. Das ist irgendein random der sich darin versteckt hat. Ich dachte das wäre jetzt noch der andere. Der andere Typ. Sachen. Hä? Was? Ja komm. Oh er leckt. Das Todes. Ja. Ich würde mal sagen. Weglaufen bringt jetzt auch nichts mehr. Hm. Gut. Ein interessantes Versteck auf jeden Fall. Problematisch halt wenn äh. Mal das letzte noch übrig ist. Und der andere den Kompass hat. Aber ja. Gut. Dann würde ich sagen. Das war es hiermit. Ich überlege gerade. Aufnahme. Aufnahme. Wie ich gerade übrigens noch mal drauf gekommen bin. Dass immer weniger Leute werden irgendwie. Bei Minecraft. Ähm. Allgemein. Playminti ist irgendwie. Wie spiel haben wir es gerade? 15 Uhr. 15.10. An einem. Sonntag. Soll es sein oder? Ja. Finde ich mich nicht ganz irre. Sonntag. Und irgendwie. Spielt hier kaum jemand. So wisst ihr. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die ganzen Spiele auch. Einfach nur bei Jump League Duels. 44. Ja hier sind viele. Aber es hat auch noch nicht mehr anlängt. So viele wie früher gefühlt. Man sich das hier gerade mal anguckt. So. Ich meine es ist Sonntagnachmittag. Und aufgommen sind nur 12.000 Spieler. Ich weiß noch als die Server brechend voll war. Aber mit ihren. Die haben immer 1.000 Slots erhöht zum Beispiel. Da war der Server. Von morgen. Äh. Na gut. Von morgens jetzt vielleicht nicht. Von mittags bis abends. Waren die 20.000 immer komplett voll. Ja. So. Timoya. Halt irgendwie. Nicht genau das gleiche. So 5.000 Leute waren am Nachmittag halt auch immer. Revinside das gleiche. Playminti waren es auch halt. Zu guten Zeiten. Bestimmt über 2.000. Ja. Fangen wir jetzt leider down. Aber ja. Das irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Woran das liegen könnte. Was ihr da denkt. Ob es einfach nur so ein kleines Sommerloch ist. Oder ob Minecraft vielleicht wirklich unbeliebter wird. Aber ja. Darf ich trotzdem noch sagen. Das war es hiermit. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.